zu genüge ich sag dir nur gute tipps egal ich frage nicht nach ich lade einfach hoffentlich verreckst du ich hasse win shape level das erste ist ja noch schön aber das zweite und das dritte die sind hässlich obwohl rambis donnergedöse ist auch ganz okay vor allem für momenten nicht getroffen oder wie ne ehrlich jetzt oder der scheiß denn du wolltest spielen du wolltest die conquest spielen wir wollten abenteil 1 angefangen also kann man nicht teil 2 auslassen besonders teil 3 nicht besonders das berg level wo man mit den kisten da beziehung mit den hängenden tonne ausweichen muss ja da darf es nie legen wenn das da einmal legt dann haben wir voll die arschkarte sind uns da kam igel als maul ich weiß mich nicht level kommt schakalaka man kommt jetzt kommt schatz doch von den sprung an sprung einmal rüber nein doch komm hat vorher auch schon geleckt jetzt leckt das doch gerade gar nicht komischerweise ne lasst man vielleicht hat er sich jetzt eingekriegt alter machst du da wieder knickknackt gab es hinter was war das denn dass sie gerade münze ja ja soll ich meine zähne so aufeinander hauen zu dir die die mit dem flog erwischt mal das hast du jetzt auch für mehr gleich geschafft euch die die an flacker 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 5 ja gut diskodidi geht an die war das eben auch dich in der mager moos fang den seemann aus dem floß ich hasse dieses level und an der stelle drückt das nicht nach hinten wenn du vorne nicht aufstreckst naja ich kriegst einen anfall bei diesen dingen du bist ein anfall war ja echt schlau jetzt von dir ich bin doch ein schlauer mensch nicht doch nicht naja bei der zeit eigentlich schon bei der zeit die du da vorne es war extra für mich erschaffen worden ja also viel zeit hat ja zurück und vor und zurück und vor und zurück und ich sterbe und die kugeln werden auch schneller ne klar oh komm ey hältst du noch vorher an ich hätte vorher speichern sollen einfach so mitten im spiel ist doch nicht wahr habe die farbe die farbe die farbe die farbe die farbe die farbe das gibt es doch nicht doch es gibt es wohl hatte dieses komische level mit der spinne schon ist das fegge scheiße vor allem tschüss hallo hallo das ist aber das ist aber übungen jetzt drunter beimählich und beim nächsten mal wieder alles komplett vergessen wenn man wieder auf klar wo sonst hey komm ja diese kurzen dinger musst du musst du können muss ich sinnvoll weiß hake ist doch bei mir immer sinnvoll weißt du doch kannst du mit der spinne umgehen okay äh müsste der rechte knopf sein wenn du es normal eingestellt hast äh nein nein ja die doppel drücken hintereinander weiß kann ich hier lang wieso muss ich denn so weit runter oh guck mal der zähl guck mir nicht hin komm ich mal zum zähl fuck du kannst so ein bisschen hochdrücken du kannst mit der pfeiltaste hochdrücken ja einfach immer schießen einfach immer schießen ja hallo zum zählst du nirgst ach nö tschüss aha aber weggeballert das ist auch du bist was solltet ihr denn da eigentlich kann ich mich nicht mehr da ist ja Geht einfach da drüber. Doch, nach unten geht auch, klar. Ja, aber... mir will sie sich eher bewegen. Sicher, sicher. Ja, sicher, nur die... je kürzer du machst, desto eher gehen sie kaputt. Hab's gemerkt. Aber hab ich doch geschafft. Wow. What the fuck? Ja. Das ist das Level. Pfff. Ah, guck, getroffen. Achja, jetzt heißt das wieder wandern nach oben, ne? Ja. Wow. Ah. Kommt da was? Ja. Einfach immer schießen. Ich merk's. Ja. Dödel. Fuck. Vor allem. Die vordere geht weg, aber die hintere... Ja. Das ist aber halt so. Nein. Und hier verreck ich bestimmt gleich. Ne, ne. Herrlich jetzt? Ja, das ist das, wenn du die Spinne hast. Cool. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. ... in der Futter drauf geschenkt. Es ist einfach nicht ganz wichtig, was ich jetzt... ...löschen. Oh, mein Gott. Vielen Dank.